Hallo Leute, herzlich willkommen aufs Kanal Stunogaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde FIFA 23. Und wie ihr hier auch schon sehen könnt, bin ich vielleicht, oder ihr seht es, bin ich in einem anderen Team, nämlich Stuttgart. Ich habe nämlich das Team gewechselt, weil ihr wisst ja, jede Season wechsle ich immer das Team. Es war sehr schwer, tatsächlich in einem Verein zu kommen, was deutsch ist, weil ich nur Vorschläge gekriegt habe von Amerikanern, also von der USA. Aber jetzt habe ich es geschafft, das ist doch das Hauptsache. Und wir machen ja auch mal direkt Training. Ich habe natürlich schon zwei Spiele gespielt, weil sonst hätte ich keine sechs Punkte, logischerweise. Also, ja, bin auf dem zweiten Platz. Bayern ist wieder auf dem ersten. So, wir spielen den gegen TSG Hoffenheim. Ich hoffe mal, wir gewinnen diese Runde, denn wir müssen natürlich auf jeden Fall auf dem ersten Platz kommen. Das ist unser Ziel mit Stuttgart. Ich bin ja mit den ganzen anderen schon auf den ersten Platz gekommen. Und ja, so, mal sehen, wie es wird. So, ich habe den Ball auch erstmal direkt geklaut und ich bin auch schon direkt Erster hier. Und davon macht er das Tor. Aktion geht weiter. Scheiße. Mist, meine ich. Eine unglaubliche Parade macht diese tolle Chance zunichte. Leer, leider. Ecke kommt in den 16er. Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Genau, nur die Zentimeter. Ich werde wahrscheinlich den Kommentator später wieder irgendwann mal ausmachen, weil er doch einen offen. So, geht. Und ich ja das Spiel kommentiere. So, okay, schieß. Let's go. Bist, jetzt haben die Einwurf. Wir müssen auf jeden Fall noch ein Tor schießen, dann sind wir nämlich auf jeden Fall wieder gut in Stuttgart. Jetzt kennen wir das Ergebnis. Er geht. Der Wechsel steht fest. So, und was ich euch auf jeden Fall erstmal wünsche, ist Frohe Ostern. Denn es ist ja Ostern. Und, ähm, ja. Ich hoffe, ihr habt gute Ostern. Ich auf jeden Fall. In der WWK-Arena tut's gut. Der Angriff wird was werden. Watz, Alter. Ich auf jeden Fall, ähm, und, ähm, feiern natürlich schon, schön mit eurem Offenbett. Ja, wir haben auch direkt das erste Tor geschossen, während ich gerade hier das gesagt habe. Da sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abgibt. Joa, läuft. In der 66, in der 66, in der 60 Minute. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Nein. Gutes Technik. Ey, war doch kein Foul, du blöde Schiedsrichterin. Warum stehe ich eigentlich immer da hinten, Alter? Joa, das ist, glaube ich, ein bisschen zu hoch. Weiß gar nicht, was das für ein Torwart ist, ne? Also, ich habe den gar nicht einmal gesehen. Batz. Let's go. Wir haben einfach jetzt schon zwei Tore geschossen. Das läuft doch. Es läuft, es läuft, es läuft. So. Ja, komm her. Nee, du sollst nicht klären. Oh, ich habe B gemacht. Jetzt hat er geklärt. Komm, rennen. Ja. Super, super, super. Der Ball holt er, gut verteidigt. Ja. Schlecht verteidigt. Boah, warum spielen die denn immer zurück, Alter? Nein, er hat gehalten. Ja, wir schauen, wir schauen. Aber das Lot gilt natürlich dem Keeper. Ja, der hat gut gehalten. Komm, er will ich so warten. Und jetzt anbrennen. Sander Berge. Aris, wie komme ich jetzt hier durch? Oha. Ja, der geht fast noch rein. Und das aus diesem Winkel. Der ging halt wirklich fast rein. Das ist... Das ist wirklich knapp gewesen. Also, gut auf. Ich bin der beste Spieler, Alter. Vor dem Fußball. Beziehungsweise wie EFA hat er gesagt. Nope. Sorry, da fahren die mit Absicht. Nee, du kommst ja nicht durch. Die Gäste führen ja klar, wir sind mitten drin in der Schlussphase. Sie machen das gut, machen das clever. Zwei Tore Vorsprung haben sie sich erarbeitet, haben sie sich bisher bisher erspielt. Und das ist aus meiner Sicht eine wirklich verdiente Führung. Ah, ganz kurz. Sie kommen jetzt? Nein! Da fehlt dann so ein bisschen auch das Glück. Ja. Neben die Tiefe fehlt er das Glück allein. Das wäre so ein geiles Tor gewesen. Aber leider wurde es nichts. Übrigens, die Zeit wurde ja auch umgestellt, ne? Eigentlich auch. Die Zeit werden ja eigentlich jetzt erst 11 Uhr. Sie sehen sich jetzt diesem frühen Pressing gegenüber. Gut gemacht. Gutes Tagling. Boah. Der hat einfach gegen seinen Spieler geschaut und habt ihr es gesehen. Ich wollte schießen und was macht der? Der glaubt mir den Ball. Was soll das? Mann. Der Tau war das Gefühl besser als der von Bayern, Alter. Ja, sehr drippelstark. Macht das richtig gut. Aber könnte auf jeden Fall möglich sein. So, komm. Schießt jetzt. Schießen Sie zu mir. Aua. Aua. Sag mal, faul mich doch nicht. Wer hat denn jetzt schon wieder hier wen gefault? Stuttgart mit dem Ball. Bama Noss. Sander Berge. Jetzt geht's im Prinzip nur noch darum, den Ball nicht mehr herzugeben und das machen sie absolut souverän. Und vielleicht noch das ein oder andere Tor zu schießen. Aua. Vorne jetzt die Balleroberung. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Boah. Was war das? Der war nicht platziert genug. Ja, komm. Schieß jetzt. Schöne Aktion. Oh. War ich nicht. War ich nicht. Das war ich doch gar nicht. Junge. Da hab ich Ihnen aber ein bisschen die Beine weggelassen. Munter so weitergemacht. Und das ist jetzt die Quittung. Munter so weitergemacht. Es gibt einen Wechsel. Wir werden die Dings gewinnen. Hä? Munter so weitergemacht. Junge Munter vor allen Dingen. Also manchmal versteht man die nicht. Da ihr mir eine gelbe gegeben habt, mach ich jetzt ein gelbes Tor. Was? So. Das liegt an der gelben Karte. Klasse. Ja, ja. Immer schön das Tor machen, ne? Schauen wir uns nochmal die Entstehung des Tors an. So. Da ist der Konter. Ja, da würde ich einfach mal sagen, das lag an der gelben Karte. Ja, gewonnen würde ich sagen. 3-0. Was will man mehr? Dieses Termin. Es ist nicht zu glauben. Der nächste Sieg. Ja, der nächste Sieg, ne? Wir machen jeden Tag einen Sieg, Alter. So, was wir jetzt auf jeden Fall machen müssen, ist einmal kurz diese Bödel-Einstellung machen mit dem Ö. Das ist jetzt schon wieder Transfer. Warum ist denn jetzt schon wieder Transfer? So, was wir auf jeden Fall jetzt erstmal machen müssen, ist mal kurz hier in den Einstellungen zu Audio gehen und dann zu Kommentatoren-Lautstärke auf 0. Perfekt. So, weiter geht's. Kurze Mitteilungen an alle folgenden... Oh, ich bin jetzt schon in Deutschland drin? Ich spiele jetzt schon bei Deutschland? Ah, ist klar. Ja, okay. Was spiele ich jetzt schon in Deutschland? Es könnte sein, dass es jetzt schon... Ja, Europameisterschaftsqualifikation, also die EM-Qualifikation. Gut, dann spielen wir halt jetzt einfach mal kurz hier bei die Deutschen. Die Deutschen brauchen wir auch. So. Zack. Und zack, so. Oh, ich bin jetzt perfekt. Ich bin jetzt einfach schon in der Startelf. Geil. Ich spiele schon von Anfang an. So, wir spielen gegen Finnland, glaube ich, habe ich gerade gesehen. Ich weiß es nicht. So. Gut, dass die Kommentare... Junge, das ist so geil. So. Ist das jetzt Finn? Finnland. Ja, ich habe es richtig gesehen. Ah, ich habe in der App-Kunde aufgemacht. So, einmal hier durch. Zack, boom, bam. Bats, bats, boots. So, dann schifft man das Tor rein. Ihr könnt ja halt nichts. Deswegen haben die mich getroffen. Mist, das war ein Kackball. Jetzt riecht er sich auf. Der hat doch gehalten, ey. Na, komm, ballert zu mir. Oder was war das? Der hat mich die ganze Zeit genervt. Egal, 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 egal. Jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Durch da, durch da. So. Bats, rein. Und da ist das Tor. Das Tor. 1-0. EM. Schmeckt. Qualifikation ist natürlich nicht die EM, aber ihr wisst, was ich meine. Das schmeckt doch. Wir spielen auch wieder nur die erste Halbzeit, würde ich mal sagen. Bats, zweites Tor. Let's go. Wir gewinnen dieses Spiel. In der elfte Minute direkt wieder ein Tor geschossen. Wenn das mal die, äh, Bundesliga-Vereine machen würden, dann wäre das geiler Fußball. Ich hab jetzt bewusst Vereine gesagt, weil ich keinen Namen nennen wollte jetzt. Von dem Verein. Nicht, dass ich noch verklagt werde, ja. Ich will nämlich nicht verklagt werden. Hab noch keine Kohle dafür. 1. So, ein Tor mach ich jetzt noch und dann... Und dann geht rein. Ja. Ja. Tor. Ey, Junge, dieses Tor, ne? Das war grad auch wieder... Alter. Okay. Ich will dieses Tor jetzt noch mal sehen. Da schieß ich. Er hat den Ball. Er rollt, er rollt, er rollt. Er hat gehalten. Was macht der? Ah, er ist schon drinnen gewesen. Okay. Das ist ein Eigentor gewesen. Ja. Komm, ein Tor. Ein Tor geht noch. So, und jetzt wechsle ich aus. So. Okay. So, wie viele Tore haben wir jetzt noch geschossen? Ah, die haben noch zwei Tore geschossen. Wir haben noch ein Tor geschossen. Ich hab natürlich wieder die meisten geschossen. Wer kennt's? So. Tabelle sind wir gerade sogar auf Platz 3. Äh, auf 1. Aber ich meinte mit den Punkten haben wir 3. Was ich kacke finde hier, du musst das jedes Mal neu eingeben hier. Das ist echt scheiße. Aber egal. Ja, Leute. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn ihr drauf joinen würdet. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt natürlich einen Traumaufentag. Haut rein, Leute. Euer Sandow. Ciao. 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 Ciao.